Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen schmackhaften Video und zwar gibt es heute ein paar Ankündigungen zu machen, unter anderem, dass es jetzt offiziell ist. Ich hatte es ja in den letzten paar Tagen und Wochen immer mal so ein bisschen angesprochen, aber nie wirklich offiziell gemacht. Leute, es gibt ab sofort, jeden Samstag ab 19 Uhr einen Livestream. Das ist in Stein gemeißelt und falls ihr Bock habt, direkt heute dabei zu sein, dann guckt unten in die Videobeschreibung. Dort ist der erste Link und zwar, falls ihr das irgendwie selber eintippen wollt, twitch.tv slash paluten. Geht das einfach in euer Handy auf eurem Computer ein, in den Webbrowser und dann gelangt ihr zu einem kleinen schmackhaftenistischen Livestream. Das Ganze wird bis circa, ich schätze mal so 23 Uhr gehen. Ich kann nichts versprechen und so wird sich das eben auch dann die nächsten Wochen fortführen. Es wird sicherlich mal das ein oder andere Wochenende geben, wo ich ein paar Termine habe. Dort wird es dann... Tyson, hi! Oh Gott, Gesundheit! Was geht ab, du alter Schlawiner? Na, willst du ein bisschen gekraul werden? Ich bin doch hier gerade in der Ankündigung, du alter Baggerlut. Du alter Baggerlut. Ja, 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 ja. Kraulen gefällt dir, ne? Aber Tyson, ich muss jetzt ein paar wichtige Ankündigungen machen. Ich kraul dich gleich weiter, ne? Alter Baggerlut. Und, ähm, ja gut, ich habe vielleicht zwei verschiedene Paar Socken an. Das Beste ist auch, ich habe diese Socke, die müssen wir... Oh, Tyson! Nicht wieder auf mein... Ja, 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 ja! Nicht wieder auf meinen Dingenschlotzen. Das hast du schon mal... Ja, ist ja gut! Tyson, was ist denn los? Willst du gekrault werden? Ja, 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 ja. Tyson, ich muss jetzt aber wirklich... Ich muss jetzt... Hey, das juckt dich gar nicht, dass ich hier eine Ankündigung zu machen habe, ne? Aber die Leute wollen doch einen Minecraft-Livestream sehen. Ja, 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 ja. So ist es richtig so, meine Damen und Herren. Tyson jetzt... Psst! Okay, genau, spiel, spiel. Nein, meine Socke! Tyson, das ist meine Socke! Hier, komm, warte. Ho, sie ist die Socke! Din, din, din. So, Leute, jetzt machen wir kurz die Tür zu, damit er nicht wieder bellen kann und wir hier in Ruhe den Schlüssel fertig machen können. Und, ähm, es wird auch folgendermaßen sein. Heute gibt es, wie gesagt, Minecraft-Livestream. Das wird sich vielleicht dann auch mal switchen. Ich habe ja auch noch vor, ähm, dass, wenn ich es packe, dann auch vielleicht immer am Mittwoch noch einen Livestream zu machen. Und, äh, glücklicherweise habe ich auch schon geschafft, dass ich ein bisschen was verlosen kann. Denn die Gommels-Server stellen einmal, zweimal Premium zur Verfügung und ihre Win-Side-Server ebenfalls. Die kann ich dann im Livestream verlosen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja doch noch, äh, in Zukunft irgendwelche anderen Firmen etc. dazu zu bekommen, dass wir vielleicht ein paar Giveaways oder so machen können. Also, das wäre auf jeden Fall nice. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Schreibt, falls ihr noch Fragen habt, alles natürlich gerne unten in die Kommentarfunktion dieses Videos. Und ich muss mal gucken, ich möchte es eigentlich nicht so handhaben, dass ich jedes Mal noch ein Ankündigungsvideo dafür mache. Aber dieses Video am heutigen Tag ist ja auch mehr, um die ganze Reihe der Livestreams zu starten und das jedem nochmal klar zu machen, dass ihr euch in 99,9% der Fälle sicher sein könnt, dass am Samstagabend ab 19 Uhr ein schmackhafter Livestream von mir kommt. Ja, mir bleibt eigentlich nichts zu sagen. Ich will mich jetzt nochmal ein bisschen um Tyson kümmern, dass ich mir meine Socke wiederhole oder die noch ein paar Mal durch die Wohnung werfe, damit er ein bisschen Bewegung bekommt. Ist ja auch nicht verkehrt, weißt du, jeder Schritt hält wird. In diesem Sinne, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Obwohl, was hat euch an diesem Video gefallen? Tyson bestimmt. Und vielleicht die Informationen, dass es jetzt Livestreams gibt. Nur gut, auf jeden Fall wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Abend. Haut rein. Ciao, ciao.